Hm... Für Notfall werde ich jetzt auch prüsten. Jawohl... Schwärmen aus! Schwärmen aus! Jawohl! Habe ich alle? Ja, habe ich. Perfekt. Ich bin erwach. Angriff! Schweren aus! Angriff! Das war's, glaube ich. Jetzt. Hä, wie jetzt? Schweren aus! Schweren aus! Hö, wie lustig! Schweren aus! Mal sehen. Schweren aus! Schweren aus! Ist hier noch irgendwas? Nein, glaube ich nicht. Also ich kann wieder zu... Was? Was? War brutal? Ich glaube es aber nicht. Okay, ich glaube jetzt habe ich... alle Ziele so gut wie... geschafft und jetzt kommt das letzte Ziel. Dort gehe ich jetzt hin. Dauert ein bisschen. Schade, dass ich mich nicht teleportieren kann. Dazu brauche ich ein Over-Relays. Der Glaube besteht ewig. Zu mir, meine Brüder. Zu mir, meine Brüder. Jawohl! 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 Ich hab nicht alle eingespielt. Jawohl! Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jawohl! Ich bin ein Wart. Jawohl! 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 Okay, ich mach mal schnell. Stopp! Damit ich alle wieder auf dem Bildschirm hab. Weil sonst wär's blut. Jawohl! Jetzt noch den letzten Teil. Und zwar jetzt. Jawohl! Jetzt kann's weitergehen. Schwärmen aus! Schwärmen aus! Die haben auf jeden Fall keine Wartportale mehr. Das heißt, keine neuen Krieger. Ich bin wach! Schön für dich. Nur leider zu spät. Der Hügel des Todes. Der Hügel des Todes. Schwärmen aus! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Wir werden beschossen! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Angreif! Wie ausgeschöpft! Wie ausgeschöpft! Kontrollpunkt wo? Wie ausgeschöpft! Kontrollpunkt wo? Ich glaub's hier wohl nicht. Das war's mit euch! Das war's mit euch! Ich war... Schwärmen aus! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Jawohl! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Schwärmen aus! Ich bin erwacht! Gebt Acht, Brüder! Der Gegner muss in der Nähe sein! Für den Imperator! Ja! Der Imperator wacht über uns! Ja! Ja, genau! Der Glaube besteht ewig! Alter, ey! Mit denen könnte ich den ganzen Krieg gewinnen! Ganz ehrlich! Die sind sowas von übel stark! Zu mir, meine Brüder! Es dauert jetzt erstmal, bis die Trantüten da sind! Lasst euch doch nochmal Zeit! Was für eine Armee!